Ja, das werde ich wohl machen. Ich weiß nicht, wieso ich so lange gewartet habe. Ja, ich werde dir heute Abend sagen, sie solltet machen, dass sie zu dem Schmittchenbauer verschwindet. Und damit ich die hier raus habe. Ich habe mich neun Monate auf das Kind gefreut, Heinz. Ich habe mich auf das Kind gefreut. Und jetzt ist alles vorbei. Unsere Romantik, die angefangen hat, alles vorbei, ja. Schmeiß sie raus. Schmeiß sie raus. Tja. Und die kommt gerade. Die Olle. Naja, ich muss vorsichtig sein. Ich will ja auch nicht die Frucht in ihrem Leib befähren. Das Kind vom Schmittchenbauer. Das Kind kann nicht dafür. Ja.